Das war ein Anruf von den Margesons. Sie haben die Buchung für nächste Woche bestätigt. Dann habe ich vier Tage, um ganz gemütlich zu euch nach Hause zu segeln. Ich bin dem Sturm ausgewichen und habe gerade zwei Schiffbrüche geentdeckt. Die halten sich an einem Wrack fest. Bei dir sagt, Bruder, wer ist noch da unten? Hier ist die Serenity. Bitte kommen. Over. Unser Schiff hatte wertvolle Ware an Bord. 200 Kilo Kokain. Du musst nochmal da runter und sie für uns hochholen. Und jetzt ist er wahrscheinlich voll auf Kokain. Sie hat angerufen, weil sie in Not ist. Sie müssen was tun! Was heißt das Pientiko auch? Was heißt das Pientiko? Wir müssen alendieren. Jeann T susst, dass ich die Seite über die A recommendeden Handy wieder verstehe. Zu blindnessem protect. Dib Oh! ARD Text im Auftrag von Funk